Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Profimon Weiß. Äh, ja. Es ist schon wieder ein bisschen her seit der letzten Aufnahme. Letzte Aufnahme war so zwischen 4 und 5 Uhr den Dreh. Ja, es ist mittlerweile 17.22, lol. Ich bin Kempfer. Wow. Oh, danke. So, erster Kampf. Ja, Clef, Level 10. Easy. Wird das. Was haben die an? Typ Psycho. Ich pull mal in die Tolladung. Got it. Typ Psycho. – Musik – – Musik – So, musst du Subway machen, das ist ja irgendwie alles relativ kompliziert. Ähm, was wollte ich schon sagen. So, ein Grillmark, das dürfen wir eigentlich auch relativ easy hinkriegen. So, ich habe ein paar Wortschritte. So, ich habe ein paar Wortschritte. Oh, oh, Zola Mack. So, ich habe ein paar Wortschritte. So, ich habe ein paar Wortschritte. So, ich habe ein paar Wortschritte. So, ich habe noch ein paar Wortschritte. So, was für ein paar Wortschritte. So, was ich habe. Hier ist auch ein paar Worte. so Nitroladung ja volltreffer nice Level 17 ja boys entwickelt sich jetzt hab ich schon mal echt ein Porter in der nächsten Arena ja 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 50 genauigkeit egal überhaupt eine knappattacke haben die stärke von 15 ist eigentlich nicht Ich glaube, es ist ein Kostos-Hein-Coin und Heiligungsmaß, aber der Heiligungs-Ateinmaß. Zeit für die Luz, okay. Dann willst du eigentlich ein Unleak-Pokémon sein, wenn ich mich direkt erinnere. Ja, oder ein Volk hat er was. Danke immerhin auf Yorclef nur, aber Yorclef werde ich glaube ich auch nicht komplett im Team behalten. Ich habe schon ganz klare Popemann, die so ins Team kommen werden. Das wäre halt Kabuno, also Trikabalu, zudem Skelbra, also Lichtl und Morbi Morba, also Morbi Test später. Das ist die Twitch-Pokémon, die ich hier nutzen werde. Oh, Sharon! Das ist die Twitch-Pokémon. Ich probiere mal einen Dings-Armstoß. Nur zweimal was? Als er Yorclef getroffen hat. Das ist die Twitch-Pokémon. Noch mal Volltreffer, also auch geil. Das ist die Twitch-Pokémon. Das ist die Twitch-Pokémon. Team Plasma, mal wieder. Das ist die Twitch-Pokémon. Wir haben einen Supertran gepunnt. Nice. Das ist ich, Uhr. So, jetzt mal ein Pokéball nerven, fast schon. Ich glaube, wenn ich ein Lose genommen nehmen würde, dann würde ich glaube ich ein männliches nehmen. Kategorie Täubchen. Ich will immer kurz ein Item haben. Und ein Trainerkampf. Nö, ich bin eh schon overpowered genug, gefühlt. Nagelotz und Lech. Wieder. Easy. Okay. 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 Ich will eigentlich keinen Doppeltyp haben, egal. Dann machen wir eine Ausnahme. Okay. Okay. Oh, Schutz. Dafür hat es sich jetzt echt gelohnt dahinter rennen. wow jeesling ja, fangen wir trotzdem, er wird einfach haben einfach Easy, ein bisschen zu easy. Level 8 sind schon, nice. Let's go. Ich habe einen Dopp-Bag-Kump. Uff Geduld Babb und er ist eliminiert Wow Ich gleich bringe bitte eins der Schaden macht Der Schaden machen wird In dem Match Wenn nicht ganz Ich will kurz Chips aktivieren Ich will gucken wenn er ins Item rankommt Oh ok Ja Ja Uff Ich dachte wir können aber gegeneinander antreten Die Karte wollte ich mal aufgucken Ja Da ist er Orden 2 Orden 3 Orden 4 Orden 5 Orden Nr. 6 Meine ich Orden 7 Orden 8 Und ich weiß gar nicht ob man hier überhaupt vernünftig hinkommt Oder warte musste man Ich weiß gar nicht wie man laufen muss Dann muss man dann hier dann später Und zur 8. Arena zu gelangen Sie waren um die Okay Und er hat nur noch Segerstraße die hinten Ich habe mir überlegt hier ist im Schwarz 2 jetzt dann hier das start beziehungsweise hit ist dann die achte arena weil das dann nur die siebte orden an äh äh elizeva gegengift war es auch nicht wirklich ich bin auch nicht so viel ja schauen ich weiß dass das der zwei putmen zeitlich kommt ja So, und. Als ob, what, what, als ob, als ob es wieder raus ist. Ja genau. Ich würde sagen aber, danke fürs Zuschauen, Leute, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr nicht über die Bewertung freuen, vergete die Kanade aufnehmen, da verpasst nichts mehr. Bis zur nächsten Folge, ciao, ciao.